Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Karma is your superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite karlayohannaschäffer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Ein wunderschönen guten Morgen! Was für schöne Herbsttage, oder? Also der Herbst ist wirklich meine absolute Lieblingsjahreszeit und ah, wie schön, wie schön es ist, hier in Köln zu sein und gerade diese Zeit so sehr mitzubekommen. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Herbst, wo auch immer ihr seid. Ich kriege das so ein bisschen mit, dass mittlerweile ganz viele Menschen aus der Schweiz, aus Österreich, aus Dänemark, aus den Niederlanden und wahrscheinlich dann aus Urlaubszielen aus der Türkei, aus Griechenland zu hören und natürlich Deutschland. Wie schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass das Projekt immer weiter wächst und dass der Podcast so eifrig geteilt wird und dass ich so schöne Rezensionen bekomme. Dankeschön. Das motiviert mich total und ich muss es immer wieder sagen. Ich habe es schon häufig gesagt. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich möchte noch mal eine Folge aufnehmen, in der es darum geht, sich wieder sicher im eigenen Körper zu fühlen, sich wieder mehr fühlen zu können und eine schöne Geschichte vorbereitet, die ich gefunden habe, die ich übersetzt habe. Und genau, es geht darum, dass wir unsere Gefühle in unseren Körpern tragen, sozusagen in unserem Herzen bildlich gesprochen, in unserem Gewebe, in unseren Bäuchen. Wir alle kennen diese Rede, Wendung Bauchgefühl oder schwache Knie zu haben oder die Last zu schultern. Wir wissen sozusagen auch in unserer Sprache, dass unser Körper ganz viel ausdrückt, dass unser Körper in vielen Fällen die Antworten hat und uns dauernd Signale schickt. Und wenn wir aber taub werden in unseren Körpern, wenn wir nur noch im Kopf unterwegs sind und uns gar nicht mehr so richtig fühlen können, gar nicht mehr die Sprache unserer Körper verstehen, dann betäuben wir uns auch gegenüber unseren Emotionalen, unseren Gefühlen. Und wir schieben sie weg, die Gefühle. Wir verdrängen sie. Auch da gibt es Redewendungen. Wir schlucken Gefühle runter. Wir laufen vor ihnen davon, indem wir vielleicht Dinge exzessiv tun. Das können ganz schöne Dinge sein, einfach Dinge, mit denen wir uns gerne beschäftigen. Sport. Wir können Sport exzessiv tun. Wir können exzessiv Sex haben. Wir können exzessiv shoppen. Wir können exzessiv Fernsehen. Manche Menschen schaffen das. Das kenne ich auch. Sich vor sich selbst zu verstecken, indem wir sehr viel arbeiten oder sehr viel auf Instagram rumhängen oder ganz viele Treffen immer haben, sehr viele soziale Kontakte haben, mit denen wir uns ablenken und sozusagen nie Zeit für uns selber haben. Ich würde sagen, die Dosis macht einfach das Gift. All das sind schöne Dinge, die wir aber manchmal exzessiv tun. Und du kannst mal darüber nachdenken, ob du auch solche Verhaltensweisen hast, die du tust, um bestimmte Gefühle nicht zu spüren, um nicht zu spüren, dass du einsam bist oder dass du dich alleine fühlst oder dass du unzufrieden bist und Dinge tust, um nicht da zu sein, um nicht in deinem Körper zu sein. Und ich muss an eine Geschichte denken, die meine Ausbilderin mir erzählt hat über sich. Und zwar hat sie erzählt, sie hat eine Vase, ein Gefäß in ihrer Wohnung, eine große, durchsichtige Vase, die einfach leer steht, in die nichts hineinkommt und die sie erinnern soll, dass es in Ordnung ist, sich auch mal leer zu fühlen, dass wir nicht immer alles füllen müssen und uns beschäftigen müssen und Dinge uns befüllen müssen, wir nicht immer voll sein müssen. Dass es auch okay ist, leer zu sein, dass das auch dazugehört und dass das etwas sehr Schönes sein kann und dass wir auch das halten können. Ja, wir versuchen ganz häufig uns durch unseren Verstand zu reparieren. Also wir versuchen Dinge zu verstehen, Dinge zu analysieren, Dinge in eine Ordnung zu bringen. Aber unser Körper ist ein sehr zugänglicher Teil von uns und vielleicht auch unsere größte Verbindung zu dem, was, wer wir sind. Und um vielleicht zu neuen Antworten über uns oder Erkenntnissen oder einer tieferen Verbindung zu uns zu gelangen, da reicht das intellektuelle Verständnis manchmal nicht aus. Und ich möchte eine kleine Geschichte vorlesen von Elena Burnaby. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Die ich einfach mal so stehen lasse. Die Geschichten erreichen uns manchmal noch auf einer anderen Ebene. Großmutter, wie erträgst du deine Schmerzen? Mit den Händen, mein Schatz. Wenn du es nur mit deinem Verstand tust, anstatt den Schmerz zu lindern, wird er noch härter. Mit den Händen, Oma? Ja, unsere Hände sind Antennen unserer Seele. Wenn du sie bewegst, strickst, kochst, malst, spielst oder sie in den Boden versenkst, dann sendest du Zeichen der Fürsorge an deinen tiefsten Teil. Und deine Seele kann wieder aufleuchten, weil du ihr Aufmerksamkeit schenkst. Dann sind Zeichen des Schmerzes nicht mehr nötig. Sind die Hände wirklich so wichtig? Ja, meine Tochter, denk doch mal an Babys. Sie lernen die Welt durch die Berührung ihrer Hände kennen. Wenn du dir die Hände alter Menschen ansiehst, dann erzählen sie mehr über ihr Leben als jedes andere Körperteil. Alles, was mit den Händen gemacht wird, soll mit dem Herzen gemacht werden. Denn es ist wirklich so. Hände und Herz sind miteinander verbunden. Masseure wissen es genau. Wenn sie jemanden mit ihren Händen berühren, dann stellen sie eine tiefe Verbindung her. Und genau aus dieser Verbindung entsteht Heilung. Denk auch an Verliebte. Wenn sie sich mit Händen berühren, dann lieben sie sich auf eine noch erhabenere Weise. Meine Hände, wie lange habe ich sie nicht mehr so benutzt? Beweg sie, benutze sie, meine Liebe. Fang an, mit ihnen zu erschaffen und alles in dir wird anfangen, sich zu bewegen. Der Schmerz wird nicht einfach weg sein, aber stattdessen wird das, was du mit deinen Händen machst, das schönste Meisterwerk werden. Und es wird weniger Schmerzen. Denn du hast es geschafft, die Essenz zu verändern. Ja, also unsere Hände zum Schaffen von etwas zu benutzen, etwas mit unseren Händen zu tun, mit unseren Händen zu arbeiten. Zum Interagieren, zum Fühlen, zum Ertasten, zum Gewahrwerden, um die Seele sprechen zu lassen oder um damit der Seele Raum zu geben, um in Kontakt mit uns zu kommen. Wenn ja über den Verstand keine Verbindung zu uns möglich scheint, dann ist das Arbeiten oder das Tun mit den Händen etwas, das ganz alt ist. Es ist nichts Neues. Es ist sehr, sehr alt und es ist eine Praxis, die viele von uns verloren haben, mit den Händen zu arbeiten. Ja, etwas mit den Händen zu machen, zu berühren, sich zu halten, andere zu halten und sich oder etwas zu erfühlen. Und ich möchte auf eine kurze Reise mit dir gehen. Ich möchte es etwas praktisch erfahrbar machen und frage dich jetzt einfach mal, dass du für einen Moment deine Augen schließt und jetzt mit deinen Händen dein Gesicht umfasst. Ich mache mit. Nimm dein Gesicht zwischen deine Hände, schließ die Augen und spüre einfach mal, was du da eigentlich hältst. Was hältst du da zwischen deinen Händen? Spüre dein warmes Gesicht, deine schöne Struktur, hart und gleichzeitig weich. Diese feste Struktur und die weiche Haut. Und spüre einmal ganz bewusst mit deinem Gesicht. Spüre die kühlen Hände vielleicht. Und wie weich sie dein Gesicht halten. Und spüre, wie schön es ist, gehalten zu werden. Wirklich wahrzunehmen und wahrgenommen zu werden. Und spüre, wie lieb du dir bist. Mehr als alles andere sehen wir uns danach, gesehen zu werden. Und in einer sicheren, nicht werdenden, alles akzeptierenden Gegenwart gehalten zu werden. Und mit liebevollen Augen gesehen zu werden. Kannst du das jetzt gerade für dich tun? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann jetzt gerade wieder ganz tief atmen. Und meine Brust fühlt sich ein bisschen weicher an. Und dann lass mal deine Hände sinken. Aber halte die Augen vielleicht noch mal kurz geschlossen. Und spüre jetzt einfach mal dein Becken. Und lass dich in dieses Becken hinein sinken. Sicher und stabil. Es hält dich. Und dein Bauch darf weich werden. Alles darf absinken und loslassen. Nur du machst dir bewusst, dein Becken hält dich sicher und stabil und würdig. Und dann spür mal, wie die Erde unter dir dich hält. Sie hält dich sicher und unnachgiebig. Trotz Stürmen und Vulkanausbrüchen und Viren und Erdbeben und Bränden und Kriegen und Dürren dreht sich die Erde unaufhörlich und bleibt auf ihrem Kurs ohne Unterbrechung und hält dich. Sie hält das ganze Leben fest. Auch im Angesicht der Ungewissheit, die uns umgibt. Und es ist jetzt wichtiger denn je, dass wir dieselbe Energie in unserem eigenen Körper kultivieren. Diese geerdete, tiefe, beständige Energie der Erde und sie auch in unserem Zuhause, in unserem Körper spüren und kultivieren können. so wie du jetzt vorhin dein Gesicht gehalten hast. Lass dich jetzt auf der Erde nieder und spüre, wie sie dich vollständig tragen kann. Du kannst loslassen und dann öffne wieder deine Augen. Wir können nicht an alles mit unserem Verstand herankommen. Dieses Fühlen, dieser Tastsinn ist der erste Sinn, den wir im Mutterleib entwickeln. Und nichts kann uns so sehr in unsere Körper zurückbringen, wie diese Aufmerksamkeit, zum Beispiel dieses bewusste Halten deines Gesichts eben und einfach die Präsenz eines Menschen, der uns seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Das ist wunderschön und du kannst auch dieser Mensch für dich sein. Ich weiß, dass viele, die jetzt zuhören im Podcast, dass für viele der eigene Körper eine Quelle der Unruhe ist. Entweder, weil er nicht so aussieht, wie wir denken, dass er aussehen sollte oder weil wir gegenüber den Signalen, den Nachrichten, den Botschaften unseres Körpers so unempfindlich geworden sind, dass wir uns abgeschnitten, taub fühlen oder weil wir gegenüber seinen Botschaften so überempfindlich geworden sind, dass wir uns in einer konstanten Alarmsituation empfinden. Und wenn wir aber lernen, wieder in ihm zu ruhen, in uns zu ruhen, wir lernen, wie eben zum Beispiel unsere eigene Haut zu berühren, uns zu halten, uns gehalten zu fühlen, dann ist das eine wunderbare, zutiefst heilsame Art, uns wieder mit dem zu verbinden, was wir sind. Und zwar in jedem einzelnen gegenwärtigen Moment, in dem wir uns da wieder, in dem wir uns wieder erinnern können und uns diesen Raum geben können. Und wenn wir unsere Hände nicht mehr wirklich einsetzen, nicht mehr mit ihnen erschaffen, arbeiten, wenn wir uns nicht mehr selber halten und vielleicht den eigenen Körper bewusst berühren, dann fehlt etwas und wir können auch zum Beispiel eine konstante Anspannung oder eine Taubheit weniger wahrnehmen, uns ihrer bewusst machen. Wir alle speichern Gefühle im Gewebe, Emotionen in dem Gewebe unseres physischen Körpers und Emotion bedeutet hier ganz wörtlich Energie in Bewegung, also Energy in Motion und Emotionen sind Energie, die durch uns durchfließen will, die frei ausgedrückt werden will und die eben auch dann aus unseren Körpern wieder herausfließen kann. Wenn wir an der Vergangenheit und an vergangenen Gefühlen festhalten, das lässt sich ja nicht vermeiden, aber wenn wir uns da festbeißen, dann halten wir auch an der Energie der Vergangenheit fest und ganz viele von uns fühlen, wie zum Beispiel die letzten Jahre ihnen sozusagen in den Knochen stecken, wie das Erlebte weiter im Körper arbeitet und uns rigide, fest, starr, taub macht. Sowohl diese körperliche Berührung, wie gerade eben, als auch dieses Bewegen Können, dieses Dehnen Können, das sind ganz hilfreiche Körperarbeiten, die du machen kannst. Ich nenne immer wieder TRE, also den Körper in dieses Neurogene Zittern zu bringen und einfach wieder spielerisch zu sein mit Bewegung, den Impulsen des Körpers nachgehen zu können, sich auszuprobieren. Wer sagt denn, dass das zusammengesunkene Sitzen am Computer, dass das die richtige Art ist, in diesem Moment zu sitzen? Wer sagt denn, dass es nicht viel angenehmer in diesem Moment ist, einmal einfach die Beine in die Luft zu strecken und ein bisschen Fahrrad zu fahren oder wie auch immer, dieses spielerische Kennenlernen des eigenen Körpers, das ist etwas, das ganz viele von uns verlernt haben, worauf ich auch wieder aufmerksam gemacht werden durfte, letzte Woche von meinem Coach. Und ohne dieses Ankommen und Landen im Körper, in diesem Zuhause, das wir einfach mitbekommen haben, wie so eine Schnecke ihr Schneckenhaus hat, haben wir unser Zuhause auch mit dabei. Und wieder im Zuhause zu sein, sich dort wohlzufühlen, wenn wir das nicht haben, dann sind wir buchstäblich ein bisschen ankerlos und können uns häufig einfach verloren fühlen. Wir sind ja sozusagen diese Besitzer einer wunderschönen Villa oder eines wunderschönen Schlosses, aber wir haben uns dann lieber in so einer kalten Hütte im Garten niedergelassen und dieses schöne Haus, das wir besitzen, ist unbewohnt oder wir haben es vergessen. Und es ist an der Zeit nach Hause zu kommen. Und es kann dort warm sein und sicher sein und vertraut sein. Dieses Zuhause ist gefüllt mit Wasser, mit Liebe und mit Erinnerung. Und so sehr wir auch versuchen, ihn frei zu halten, ihn sauber und aufgeräumt zu halten, diesen Körper, dieses Zuhause, die Unordnung des Lebens taucht immer wieder auf, immer wieder, immer wieder. Tagtäglich kommen wir mit Situationen in Berührung, die uns herausfordern, die uns verspannen lassen, die uns unter Strom setzen. und es gibt eben diese Sprache, die noch direkter ist, würde ich sagen, als Worte, es ist die Sprache dieses Körpers, die Sprache unseres Organismus, unserer Haut, unseres Nervensystems und diese Sprache kann innerhalb eines kleinen Augenblicks tausende von Botschaften übermitteln und wird direkt und vollständig vom Unterbewusstsein wahrgenommen und wir können ganz, ganz viele Botschaften in unserer Umgebung wahrnehmen. Wir können zum Beispiel, wenn wir genau hingucken, die Gefühle unseres Partners an kleinen Feinheiten, zum Beispiel der Körperhaltung oder der Atmung mitbekommen und ja, auch die Berührung, um die es ja vorhin ging, das ist auch eine ganz unglaubliche Kommunikationsmöglichkeit, nämlich die Hände sind ganz reich an Neurorezeptoren. Also wenn wir ein anderes Wesen, einen anderen Menschen berühren, dann wird auch unsere Absicht und ja, unser emotionaler Zustand für den anderen spürbar. Wir erkennen zum Beispiel ganz fein den Unterschied zwischen so einer zögerlichen oder einer vertrauensvollen Berührung. Denk mal nach, wie oft fühlst du dich vielleicht nicht genährt und nicht unterstützt von Berührungen, weil sie vielleicht nachlässig sind oder unsensibel sind oder du fühlst dich tatsächlich verletzt von Berührungen, die so nebenbei und ohne Aufmerksamkeit gemacht werden. Und ja, was hat das alles mit dem Herzen zu tun? In der taoistischen Tradition gibt es eben diese Meridiane, Energiebahnen und es gibt einen Meridian, der direkt aus dem Herzen heraus durch die Hände nach unten läuft. und wenn wir wieder bewusster in uns ruhen können, in uns verankert sein können und uns mit unserem Herzen und unserer Absicht verbinden können, dann wird auch die Absicht, die wir dort haben, in unseren Handlungen sichtbarer. Und unsere Hände sind einfach ein wichtiges Instrument, um unsere Absichten in die Tat umzusetzen. Wir benutzen unsere Hände, wenn wir in der Welt agieren, um zu geben, um zu empfangen und wenn wir unsere Hände auch wieder, wie in dieser kleinen Geschichte, mehr für Kunst oder Handwerk oder dem Erschaffen von etwas, dem Malen, der Gartenarbeit, dem Kochen, dem Schreiben, was auch immer, wenn wir diese mehr einsetzen können, dann entsteht auch dadurch ein geschützter, ein sicherer Raum für uns und unsere Gedanken, die sich vielleicht sonst nur noch jagen, die begeben sich dann auf eine Reise durch diese Fäden und Zutaten und Pflanzen und Farben und Erde, je nachdem, was gerade ansteht. Und unsere Gedanken können sich auf etwas Konzentrieren, etwas Schönes zu erschaffen, etwas, das uns in der Regel sogar noch viel mehr bedeutet, als wenn wir etwas kaufen. Du darfst dich erinnern, dass dieses Lockerlassen zwischendurch, also sich Dingen zu widmen, die Freude bereiten, die Vergnügen bereiten, vor allen Dingen in Zeiten der Herausforderungen dieses Lockerlassen da sein zu lassen, dass das nicht naiv oder unverantwortlich oder realitätsfern ist, sondern es ist vielmehr eine widerstandsfähige, anders eine Resilienz fördernde Strategie, um etwas für deine Seele zu tun. Und es ist ja diese Gefühlstiefe, die uns Lichtblicke, die uns Freude bereitet. Also wie wäre es, wenn wir immer mal wieder innehalten und zuhören würden? Also innehalten und vielleicht jetzt gerade nochmal deine Hände auf den Bauch legen und einfach mal spüren, was es da zu halten gibt. Was wäre, wenn wir lange genug innehalten würden, um uns selbst zu hören? Um zu hören, wie wir uns wirklich fühlen in unserem Körper jetzt gerade. Unser Nervensystem ist ein Kommunikationssystem, das auf alle Arten von Reizen, groß und klein, einfach reagiert. Und wenn wir beispielsweise Freundlichkeit oder Liebe, Einfühlungsvermögen erfahren von einem anderen Menschen, dann empfindet unser Nervensystem Sicherheit. Was wiederum dann unserem Körper signalisiert, dass er entspannen darf, dass er sich ausruhen darf, dass er verdauen kann und dass er sich eben bei Bedarf regenerieren kann. Und wenn wir hingegen ein Trauma jeglicher Art erlebt haben, dann wird unser Nervensystem schnell, sehr schnell alarmiert, um ständig reagieren zu können, um uns in Sicherheit bringen zu können. Auch lange nach der Erfahrung und in solchen Momenten setzt einfach unser sympathisches Nervensystem eine Abfolge, eine Kaskade von vielen physiologischen Effekten in Gang und darunter zum Beispiel das Ausschütten von Stresshormonen, Adrenalin, Cortisol und die Atmung wird flacher und die Herzfrequenz steigt und ja, es entsteht einfach eine allgemeine Übererregung und wir werden buchstäblich in diesen Überlebenszustand versetzt. Und alle Energie fließt in unsere Gliedmaßen und spannt die Muskeln an, damit wir schnell kämpfen, fliehen oder uns totstellen können. Und leider bleibt unser Körper genau dort stecken und stumpft ein bisschen und kann abstumpfen. Wir können einfach dadurch taub werden, dass wir viele andere Dinge nicht mehr wahrnehmen können, uns nicht mehr gut fühlen können oder uns unterständiger in einer ständigen Unruhe empfinden. Und der Psychologe und Traumatherapeut Peter Levine sagt, dass der Mensch sozusagen das einzige Säugetier ist, dessen Schüttelmechanismus, Zittermechanismus, nämlich diese Erfahrung auch wieder aus dem System rauszittern zu können, dass das nicht automatisch oder nicht automatisch nach einer Bedrohung geschieht, auch weil wir gelernt haben, eben unsere Körperreaktionen in Schach zu halten und so ein sich freizittern, das kennen wir alle im Alltag, das kriegt man zum Beispiel zu sehen bei Hunden, die sich einfach buchstäblich vom Kopf bis zum Schwanz einmal durchschütteln, nachdem eben eine Bedrohung oder eine Stresssituation gemacht wurde, erfahren wurde und durch dieses Zittern wird einfach diese überschüssige Energie, diese gespeicherte Energie aus dem Nervensystem freigesetzt und ja, das können wir uns wieder aneignen, darüber spreche ich ja alle Nase lang, denn wenn das Trauma oder die Stresssituation, die Bedrohung vorüber ist, neigen wir Menschen dazu, in diesem Zustand dieser hohen Alarmbereitschaft weiter zu verharren, natürlich nicht extra und ja, anstatt eben wie viele andere Säugetiere oder alle andere Säugetiere diese Energie abzuschütteln, abzuzittern und genau, ich spreche ja immer wieder darüber, dieses neurogene Zittern, das gelernt werden kann, dass das hilfreich ist, um den Organismus zu beruhigen und vor allen Dingen auch wieder uns selber fühlen zu können und uns selber wieder oder mit uns in Kontakt treten zu lassen. So, die Gefühle und Emotionen sind ein reiner Energiefluss und das sind Informationen, sind Vibrationen, die durch unseren Körper fließen und es sind keine Feinde oder Hindernisse auf unseren Wegen, sondern sie sind der Weg selbst, sie sind das Leben. Sie sind nicht gekommen, um uns zu schaden, sondern sie sind das Leben. Sie sind nichts anderes als das Leben selbst, das manchmal eine angstvolle Erscheinung annimmt, manchmal eine zornige, wütende Erscheinung annimmt und die eben auch unsere Aufmerksamkeit brauchen, die uns manchmal auch an etwas erinnern, das wir vergessen haben und vielleicht kennst du es aus deinem Leben, jemand sagt irgendetwas, tut irgendetwas völlig Unbedeutendes in dem Moment und dein Körper reagiert mit einem großen Ausdruck, er krampft sich zusammen, er gerät in einen absoluten Stress, in Wut, in Traurigkeit, wie auch immer. Und in diesen Momenten erinnert ein aktuelles Ereignis dein Körper an ein vergangenes Erlebnis und dieses unhöfliche Wort oder die Art und Weise, wie dein Körper gerade diese Situation empfindet, das erinnert deinen Körper daran, wie du vielleicht in der sechsten Klasse gemobbt wurdest oder wie du alleine gelassen wurdest und dein erwachsener Körper fühlt die unterdrückte Wut deiner zwölfjährigen Erfahrung und lässt eben dich diese Situation nacherleben, ausleben. Und wenn wir lernen, das zu erkennen, dass unser Körper eben sich an Erfahrungen erinnert, dann können wir auch die Scham und die Schuldgefühle, die durch diese Überreaktion entstanden sind, mit mehr Verständnis ein bisschen mehr loslassen und wir können dem Körper zeigen, wie er sich durch diese Erfahrungen hindurch bewegen kann. Du kannst dich fragen, wo in meinem Körper spüre ich unhöfliche Worte? Also wenn wir nicht fühlen können, wenn wir dem ausweichen, dann wissen wir nicht, was wir brauchen, wir kommen nicht an dieses Bauchgefühl und wir sind auch ein bisschen getrennt, was andere brauchen. Vielleicht sind wir sogar ein bisschen davon abgeschnitten, was unser Planet braucht. Aber wenn wir wieder näher an uns herankommen und uns fühlen und erfahren können, dann wissen wir auch, dass wir nicht nur einfach da sitzen können, sondern in bestimmten Situationen handeln müssen. Also dieses Fühlen Können, das schafft wieder Verbindung zu uns, aber auch zu anderen Menschen, zu diesem Ökosystem, was wir haben. Und diese Verbindung ruft Fürsorge hervor. und die Fürsorge ist wirklich eine der wunderschönsten Qualitäten des Menschseins. Also Verkörperung oder sich wieder fühlen zu können, ist genau das, genug zu fühlen, um sich zu kümmern, um sich, um andere. Und es ist genau das, was uns auch wieder menschlicher macht. Und es ist das, was unsere Ideen und unser Wissen, unsere Visionen, unsere Wünsche in eine physische Manifestation bringt. Wenn dein Körper dir mitteilt, dass du erschöpft bist, dann ruhe dich aus. Und wenn dir nicht nach Reden zumute ist, dann sprich nicht. Wenn du all die Nachrichten satt hast, dann schallt sie einfach aus. Und wenn du etwas auf morgen verschieben musst, dann tu es. Die Zeit muss nicht immer gefüllt werden. Denk nochmal an das leere Gefäß, von dem ich erzählt habe, ganz am Anfang. Du darfst auch einfach mal leer sein. Du darfst einfach mit dir sein. Du bist genug einfach in deinem Sein. Also atme nochmal tief ein und schließ nochmal für einen ganz kurzen Moment deine Augen. Werde dir deines Körpers bewusst, wie deine Füße auf dem Boden stehen oder sich gegenseitig berühren. Vielleicht streichst du mal mit deinen Händen über deine Oberschenkel und spürst deinen Körper einfach in diesem Moment und erlaubt deinen Schultern sich zu entspannen und dein Bauch weich zu werden und deinen Augen, deinen geschlossenen Augen locker zu werden und dann nimm nochmal deine Hand oder beide Hände und leg sie auf dein Herz und nimm einfach mal deine Anwesenheit wahr dein Sein genau jetzt genau hier und nimm dir die Zeit diesen Moment einfach mal zu genießen atme ein ich weiß dass ich atme noch mal tief ein und sag dir ich bin mir bewusst dass ich auf diesem sicheren kostbaren Planeten sitze und atme aus und mach dir bewusst ich werde von der Erde unter mir gehalten atme ein ich bin mir bewusst dass die sonne scheint und dass die sonne mit ihrem licht und der wärme alles leben bringt und atme aus und fühl jetzt mal die sonne die wärme der sonne auf deiner haut und in jeder zelle deines körpers hat man ein und spür die bewegung deiner atmung unter deiner hand heben senken atme aus und spür die wärme die von deiner hand ausgeht und spür deinen schönen weichen körper und spür wie schön es ist gehalten zu werden berührt zu werden gemeint zu werden und spür wie wie lieb du dir bist und mach dir bewusst irgendwie wirst du immer gehalten auf eine weise die du vielleicht nicht erklären kannst und auch nicht erklären musst es kann sein dass du bald wieder irgendwelche weiteren scheinbar unüberwindlichen herausforderungen oder herzschmerz ausgesetzt bist aber irgendwie hast du immer gehalten von dir wenn du dir diesen raum gibst und von der erde auf der du sitzt und dann öffne nochmal deine augen wir wissen dass es ganz viele verschiedene möglichkeiten gibt sich dem nerven system zu nähern und dieses herunter zu bringen meditation gesprächstherapie und dieses somatische körperliche arbeiten und aber auch die berührung berührt zu werden zu berühren massage umarmung sich selbst zu halten und wieder zu fühlen dieser menschliche kontakt kann wunden heilen die man nicht sehen kann und ich glaube zu lernen dem leben wieder oder ganz neu zu vertrauen vertrauen zu können auch in zeiten in denen du vielleicht vergisst wie man überhaupt vertraut vertrauen zu können und zu vertrauen dass das leben nicht immer nach plan verläuft weil es keinen plan gibt aber sich immer wieder auch in zeiten von großer ungewissheit gehalten fühlen zu können in körper arbeitssitzungen bekommen wir einfach wieder autorität über unseren körper und unsere erfahrungen zurück und die annahme dass dein körper dich im stich lässt oder unsicher ist diese annahme kann abgelegt werden für manche menschen kann dieses arbeiten mit dem körper ein wendepunkt sein und ich möchte dir einfach mitgeben wieder mehr mit deinen händen zu erschaffen und freundlich zu sein zu dir zu deinen gefühlen und sanft zu dir zu sein und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne woche und freue mich wenn du am nächsten mittwoch wieder mit dabei bist mach's gut wenn dir diese folge und der podcast gefällt dann freue ich mich total wenn du ihn teilst vielleicht kennst du jemanden der profitieren kann und dem er gut tut vielleicht hast du einen freund oder eine kollegin dem oder der du meinen podcast empfehlen kannst damit unterstützt du mich und auch andere für die diese nachricht hilfreich ist und dafür bedanke ich dir sehr wenn er dir ganz persönlich gut tut und du intensiver mit mir arbeiten möchtest dann schau dich doch gerne mal auf meiner webseite um ich habe verschiedene Angebote und ich freue mich wenn du dich mit mir in Verbindung setzt mit und mit mit Untertitelung des ZDF, 2020